Untertitelung des ZDF, 2020 Sprich mit mir. Ich bin bereit. Du bekommst mich hier neu und verbessert. Denn wenn man Frieden in die Welt trägt, bekommt man Frieden zurück. Ich glaube, du vergisst, was du beruflich machst. Nimm die Waffe. Bei jedem Job, den ich mache, stirbt niemand. Dieser Typ bin ich nicht mehr. Manche Konflikte erfordern eine Waffe. Hey, das ist nice. Okay, was schnappe und oder greife ich mir? Ein Aktenkoffer. Du sagtest, wenn du zurückkommst, willst du einen einfachen Job. Einfacher geht's nicht. Du hast auf mich eingestochen. Ich hole mir dein Leben, wie du meinst, du ihn jetzt hast. Alter, ich kenne dich nicht mal. An dem Job ist nichts einfach. Hier geht noch was anderes ab. Ja, ich bin nicht der Einzige in diesem Job, der nach diesem Koffer sucht. Lemon, wo ist der Koffer? Oh, hab ihn versteckt. Wir waren auch hier. Wir liegen voll im Zeitplan. Alles, was dir jemals passiert ist. Das sticht, Bitch! Hab dich hier hergeführt. Schicksal. Das ist ein Scheiß-Deal. Ah, nein, danke. Wissen Sie was? Haben Sie irgendwas mit Sprudel? Genau das, danke. Domo arigato. Sicher, du willst das nicht ausdiskutieren? Nicht wirklich, nein. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020